Herzlich Willkommen auf dem Fahrradweg im Ahrtal. Wir wünschen Ihnen hier auf diesem sehr erholsamen Fahrradweg viel Vergnügen. Wir möchten Ihnen vorab eine kleine Empfehlung mit auf den Weg geben. Und zwar, was ich auch in der Folge immer wieder deutlich mache, nehmen Sie sich Zeit. Halten Sie ruhig mal an und genießen Sie ganz in Ruhe die sich Ihnen bietende Natur. Noch eine kleine Empfehlung ist, nehmen Sie sich ein Kissen mit oder einen kleinen klappbaren Stuhl. Diese lassen sich heutzutage sehr klein kompakt verpacken. So haben Sie die Sicherheit, dass Sie sich jederzeit dahin setzen können, wo Sie möchten. Wir wünschen Ihnen hier im Ahrtal auf dem Fahrradweg erholsame Momente. Wir senden schöne Grüße und passen Sie gut auf sich auf.